Hallo Guys! Herzlich Willkommen zurück zu Rheumonure! Heute werden wir mal etwas anderes machen, nämlich nicht einfach straight in das nächste Level gehen Bleistiftung und Radiergummi, fuck this shit Da haben wir ja letztens... Ja, wir! Ich zieh dich mit rein, Tommy! Da haben wir letztens ziemlich verkackt, da gehen wir auch nicht hin Wir gehen mal ganz zurück zu unserem Leben Und suchen die restlichen Sachen in weite Träume, denn jetzt haben wir alle Fähigkeiten Spoiler, Spoiler, glaub ich jedenfalls, mir fällt nämlich keine mehr ein Wir haben auf jeden Fall alle Fähigkeiten anscheinend und deshalb kann man sich ja mal ein bisschen gönnen, ne? Jetzt wo wir alle Fähigkeiten haben, haben wir auch, ähm, äh, kommen wir auch überall hin Und das bedeutet, ne, dass wir die alten Level durchaus besuchen sollten Denn früher oder später müssen wir uns sowieso alles holen Und hey, außerdem wird es die Leben nochmal gut auffrischen, wenn wir die alten Level nochmal besuchen Die Leben respawnen leider nicht Aber, äh, hä? Hatten wir das nicht schon? Wir spawnen die doch? Was up, Alter? Äh, vielleicht respawnen die, wenn ich ein Continuum benutzt hab, das könnte gut sein Ja, umso besser, dann können wir uns noch ein paar Leben auffrischen Das ist, glaub ich, nämlich recht nötig Äh, zocken wir mal sein Minigame nochmal Ich weiß nicht, ob wir es hier gespielt haben, deshalb Whatever Hauptsache, wir bekommen dafür ein Leben Das wäre schon ganz sexy Oh, es sind 10 Tinks zu holen, Schätzelein Ja, lecker, schmecker, würzig, gut So, oh ja, Alter So easy Mit den neuen Craften ist das ja wirklich eine Kleinigkeit Und schon fehlt uns nur noch eins Yeah Oh boy, ein geiles Leben Nice Okay, jetzt werde ich wahrscheinlich nur noch extra Zeit Scheiße bekommen Das ist uninteressant Okay, gucken wir mal Wir brauchen hier noch wie viele Käfige? Scheiße, ich hab nicht aufgepasst Äh, ein paar Oh fuck Die halten ja ein bisschen mehr aus hier Löck mich Stopp Oh man Okay Gehen wir halt da hin Warte, was passiert, wenn ich Komme ich da oben hoch? Ne, ich glaub nicht So ein ekliges Stück Kacke Oh Ne Okay Hey, da ist noch eins Nice Bye boy Oh, ein Leben Oh Okay, uns fehlen noch zwei Noch zwei in diesem Level Das sollten wir Das sollte zu finden sein Ich meine, das ist das erste Level Please Als ob wir das nicht finden in unserem Leben Ah Ja, leck mich fett Hier ist da direkt noch so ein Ding Geil Noch eins Noch eins in unserem Leben Das ist ja gar kein Problem Aber das ist ja Easy Das ist so easy, Leute Also Wow Naja, noch ist easy Das ist das erste Level, ne Ich hoffe auch mal Ich bekomme ein paar geile Tinks zusammen Das würde schon meine HP erfreuen Und war da noch etwas Was ich mir auch holen könnte? Ja gut, HP, aber Sonst noch etwas? Außer den süßen, sexy Tinks? Alter, dieses Stück Kacke, ne? Stopp Okay Danke Sieht nicht so aus, als würde ich hier etwas verpasst haben Außer fast ein Tod im ersten Level Das wäre Das wäre episch Bedenkt, als wir hier durchgelatscht sind Konnten wir nicht einmal zuschlagen Das heißt Alter, süge Ponga-Mucke Fällt mir gerade ein Das heißt, dass hier Relativ viel gesehen wurde Aber nicht eingesammelt wurde, ne? In Minekraft Ja Ja, ja, fick dich So Ähm Da wir hier noch nicht schlagen konnten Bin ich ziemlich sicher, dass wir im Wasser auch nicht waren hier Aber gucken wir uns da ein bisschen rum Und Alter Alter So easy Wir haben alle in diesem Level Okay, jetzt können wir einfach nur straight durchspielen Ich gucke mal, ob ich noch ein paar Leben rausholen kann Und dann gehen wir ins zweite Level Boah, die Leben könnte ich aber halt echt gebrauchen, ne? Also, just saying Das Spiel wird nicht leichter Auch wenn wir jetzt in der Welt der Bleistifte und so sind Die eigentlich super cool ist Aber Könnte ja trotzdem sein, dass wir voller Marsch sind Warte mal Ich will mal gucken, ob die Leben respawn sind Das da oben links haben wir auf jeden Fall uns geholt 100% sicher Also, Reimann Bring mich zu meiner Destiny Äh Ja, es ist weg Okay Na gut, die ich spawnen will, doch nicht Wäre auch zu schön, Alter Waa Okay, alles cool Da, 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 da Ja, fick dich Uah, äh, äh Bam So easy, dieses Scams Da, 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 da Ich glaube, hier konnten wir auch schon zuschlagen Ist ja egal, weil wir haben ja eh alles Deshalb Fuck this shit Aber vielleicht sind hier noch ein paar geile Leben I don't knofe Do you Knofe I don't know Okay Alter, meine Sick English Skills Oh, fucking hell Waaah Leck mich Oh, fuck So ein ekliger Stop Nein, ernsthaft Das wäre sehr nett, wenn du jetzt ableben würdest Warte Ah, nice Äh Ja, hier können wir weiter Alles gut Was ist eigentlich da unten? Holy shit Mein Handy Äh Leule, ist uns was dir gefallen So ein Noob Ich hätte schon gerne die HP jetzt, ne Ach komm, wie gut Das war die geile HP So Oh mein Gott So So Alter, so easy, dieses Spiel Ja, wie konnte ich jemals sterben Oh, fuck Äh, ja Ähm So Wir, wir einfach Kein Interesse daran zeigt Dass er eine scheiß Pflaume auf den Kopf hat Das ist, das ist mein Boy, Alter Das ist mein Boy Alter, ich sterbe Wieso? Okay, vielleicht sollte ich mich erstmal um die ganzen ekligen Faggits hier kümmern, ja? Oder wenigstens Mir meine Pflaume mal hier sichern Im Leben Also so ein bisschen HP Das wäre schon Wow Das wäre schon nicht übel Mir fällt ein Vielleicht mache ich mein Handy mal auf still Wenn ich sowieso schon gehört habe Dass da irgendwas abgeht, ne? Ja, das ist ja glaube ich ganz gut Ah, so Okay Können wir uns eigentlich mal die geile HP holen? Alter, die Stille, die in diesem Spiel einfach ist, ne? Die ist Dieser Tödlicher Tödlicher Stille, Alter Damn, son Naja Äh Ähm Ja, da war auch ein Leben, aber das ist respawned Ah, wir können einfach mal hier runden, Alter Ne, können wir nicht, okay Nevermind, da müssen wir halt gegen diese Faggits hier kämpfen Schon süß Schon lecker, schmecker, würzig, gut Alter, da ist der Wolle Wizard Ich glaube, ich möchte mit dem Wolle Wizard reden Das ist glaube ich Das ist glaube ich mein Verlangen Ich glaube, sein Minispiel haben wir nämlich noch nicht gemacht Huah Alter, ein geiles Leben So sage ich bestimmt nicht nein Fuck, nein Uah Fuck Oh, ich hasse diese fetten Ficker Okay Ey, ich meine Diese bösen Gestalten Uah Okay So Zack Alles klar Huah Mein Leben, ey Bei jedem Sprung sterbe ich innerlich Okay, mal sehen, ob wir sein Minispiel schon gemacht haben oder nicht Ein geiles Leben ist ein geiles Leben, Leute Also das muss man schon mal Huah, weil da Leben Leben hat nicht jeder In der Welt Oh, sorry Das kommt mir aber sehr bekannt vor Ich könnte schwören, dass wir das schon mal gemacht haben Egal Mit meinen neuen Kräften Da wird das ja gar kein Problem sein, hier hochzukommen Ha, 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 ha Ha, 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 ha Und vor allem nicht diese Tings Ein zu sagen Also, bitte Ha, ha, ha Ähm 13 Watt zu holen oder so, ne Oder 12 I don't knuff Gucken wir mal Äh, 12 könnte es halt auch gewesen sein Huah Ne, 13 Oh, fuck Das ist ja noch richtig knapp Huah Ja Yeah Perfect Ich hab's in der letzten Sekunde geschafft Holy shit Ich hab zu sehr Zu lang getrödelt Ja, nice, Leute So muss das Alter, ich glaub, das ist einfach das leichteste Spiel der Welt Kann das sein? Ich würde jetzt nicht risikieren, da hochzugehen Um ehrlich zu sein Äh, deshalb Gehen wir jetzt hier lang Leil, ich hab 69 Dings Leil, okay Stopp Danke So Rennen wir hier noch ein bisschen durch Gucken wir mal, ob wir noch ein paar Leben fahren können Ah ja, super Da haben wir jetzt so ein Großes, überhaupt nicht gruseliges Gesicht Ist das nicht kawaii Fuck Okay, Lagune der Angst Da fehlen uns nur noch zwei Käfige Also, ich bin sicher, dass ich die irgendwo finden werde Ha, ha, ha Das ist ja gar kein Problem, Alter Fick dich So, richtig Wir können ja jetzt Wir können ja jetzt Wir können ja jetzt Hier nach links Ah Und an die Dinger dran Das ist viel wert Oh, fuck Oder auch nicht, Alter Komm, lass ihn da, danke spielen Da oben ist ein Käfig, habt ihr gesehen? Fucking hell Da will ich ja, nö Äh, ich glaub, ich brauch erst mal Fuck Ah Nope Wow, da ist der andere Käfig Alter, wenn ich mir die beiden hole Und das Level verlasse Dann haben wir das auch gedildert Ja, das mach ich auch Sonst hab ich hier scheinbar, das ist schon mal Das ist schon mal ganz nett, Alter Das ist schon super So, wenn ich hier hingehe Dann hier, dann schlage ich den Und so komme ich dann hier ran Und dann kann ich mir den Schritt holen Alter, ich bin so ein Brain So easy das Spiel Okay, ja nice, haben wir hier auch alle befreit Wir können gehen Das wird bei Weitem nicht so einfach sein wie Äh, bei der ersten Welt Naja, sich alle Käfige zu holen Das wird noch richtig hardcore Aber ja, ihr werdet sehen, hier fehlen uns noch zwei Käfige Mal sehen, ach der Tarsan, Junge Was geht ab Tarsan, Junge Reiterreiser, Mann Richtig, ich erinnere mich an ihn Faggot Taraisan Taraisan, Alter, Taraisan ist mein Bruder, Leute Taraisan Danke, Taraisan Okay Gucken wir mal Bling Alter, hatte ich nicht mehr Tings gerade? Achso, die Tings wurden wohl nicht gespeichert Als ich das Level verlassen habe Aber die Käfige Bukai Dankes Spiel Das ist nett Als könnte man sich ja voll die Tings verhaben Stimmt schon Ich liebe seine süße Lache Okay, bye Alter, das Spiel ist so einfach Das Spiel ist so einfach Okay Ähm Oh, ich muss hier so eine Pflanze machen Hoch Äh Kurze Hilfe Jetzt was geht ab Äh Äh Soße Und Erbsen Das war sehr Sexy Ich hab sogar Ne, ich hab nichts mehr davon übrig Doch, doch Aber halt nicht mehr in diesem Zimmer Alter, der hat das Leben gespawnt Eigentlich will ich hier nur gerne nochmal hin in meinem Leben Spoiler Egal, whatever Aber wir haben Wichtigeres gerade So, noch zwei Käfige müssen hier irgendwo sein in unserem Leben Wow, hör mal auf zu laggen, Bro Hör mal auf zu laggen Äh Mir fällt kein Reim auf laggen ein Sonst muss ich dich mal checken Alter, ich bin so ein Rapper Holy shit, Alter Diese Kackviecher Ich wünsche, das würde mir irgendwas bringen, euch umzubringen Fuck Äh, außer Schmerz Oh, damn, son Oh Ich hasse die so sehr Unfassbar X-Faktor Okay, was ist hier? Daucht hier irgendwas auf, wenn ich hier rumdödel? Nein Dööööö Hier, verpiss dich Arschloch Okay Ich meine, ich möchte Fuck Ich meine, ich möchte Gerne Damit auf dem Wasser rumcruisen Und nicht mit dem Ding hier fahren Das Ding ist mir zum Mainstream, Alter Guckt es euch doch mal, ey Viel zum Mainstream, also Hör mich bitte, dich Aha 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 Yo, der Wieso ist der Käfig denn das gespawnt? Okay Kann man machen Danke, Spiel So Holen wir uns die Tings auch noch, weil, Alter Ich brauche die geilen HP Leben, meine ich Oh, ja geil Und Alter, wir haben schon vier Leben Das ist schon Very impressive Wenn ich das mal so sagen kann Also Wow Wow Ich bin schon sehr beeindruckt, Leute Also Sehr sick Da unten will ich, glaube ich, hin In meinem Leben Was ist wohl da unten? Kann ich irgendwie hier Ja, kann ich War ich da unten schon wohl? Ich gehe einfach noch mal, Bruder Fuck Das könnte jetzt problematisch werden Okay, nevermind Ich hasse euch Gut Äh, mal sehen, was da unten ist Alter, ich habe noch ein HP Ich hoffe, ich finde mal Ein paar Tings oder sowas Cooles Wow Das hat mir nichts gebracht Ich glaube, da war früher ein Käfig Kann das sein? Ja, das ist gut möglich Dass da ein Käfig war Na gut, whatever Ich hoffe, ich sterbe nicht Holy shit, wäre das eklig Nicht in der ersten Welt Rayman rennt übrigens wie so ein richtiger Faggot Wenn ihr mal drauf achtet Äh, 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 äh Falls euch das nicht aufgefallen ist So, ein paar geile Tings Plüsse Ja, perfekt Genau, das brauche ich Sooo Und leben voll Das heißt, meine HP werden auch geheilt Nice Okay Äh, los, Rayman You can do it Just believe in yourself Äh, ich glaube, ich muss hier auf irgendwas achten Fuck Auf das hier zum Beispiel Äh, äh War ich da oben schon? Das ist die große Frage Ich komme da nicht mehr hoch, ne? Okay, fuck it Ich glaube, ich war da oben schon Wenn da noch irgendwas Äh, also wenn ich das Level, äh, mache Äh, äh, und, äh Mir immer noch ein Käfig fehlt Dann weiß ich ja Wo ich suchen muss In der Welt des Minecrafters Weil ich würde jetzt echt ungern ein Leben wassen Und einfach sterben Und nur wieder, nur um wieder da oben zu sein Das ist schon ganz schön kacke Kann ich eigentlich das Level auch so beenden? Startrücken, um zu spielen Ne, okay Ne Ja, das ist ein geiler Dude, Alter Fuck, du existierst noch Aus dem Weg, du Stück Kacke Ist hier noch irgendwas? Ne, scheinbar nicht Haa Auf dem Suche nach dem letzten Käfig Okay, der Käfig war so hundertprozentig in diesem Scheiß-Level da oben. Da bin ich mir ganz sicher, Schatz allein. Ah, fuck. Muss ich das nochmal machen. Aber dann kann ich mir wenigstens Leben noch holen. Tairai-san, Mann. Tairai-san. Äh, Tarei-san. Ja, Tarei-san. Tarei-san, danke. Mein Boy. Mein Boy Tarei-san. Danke. Das ist unser, ähm, Liebesgeheule. Ja. Neidisch, nein. Jumpeln wir dann halt irgendwie hoch und swingen unseren Drängen. Swingen unseren Drängen, Alter. Was laber ich eigentlich für ein Schild? Für ein Schiss, Mann, ist es, Alter. So. Okay, easy. Tairai-san. Schnapp, dass Raymond die Samen nicht bis zum Ende des Spiels noch aufbewahren kann. Also, dass er nicht das Level durchziehen könnte. Das wäre ganz schön cool. Schau, dich voll. Wir können uns immer so eine Plattform schaffen wie OP und geil. Das ist einfach fair. Aber nein. Raymond hat... Dairai. Einmal nicht aufpassen, ey, in diesem Spiel. Direkt wirst du weggereckn. Ist ja gut, Spiel Tairai Reisermann Okay, der ist weg, whatever Okay, lass uns ausnahmsweise nicht scheiße spielen Ist ne Idee Ist ne Idee, Leute Ist jeder mit einverstanden? Timmy, Johnny Ariane Alle mit einverstanden, dass wir mal nicht scheiße spielen Ja, okay, alles klar Ja Leute, ich spiel mit Jimmy, Timmy und Ariane Und wir wechseln uns einfach immer ab Aber nur ich laber Ja, weil die anderen haben keine Keine Stimme Weil Weil sie haben letzte Nacht zu viel gefeiert Und haben zu viel rumgeschrieben wie Affen Und jetzt haben die keine Stimme mehr Ja Alter, lecker Ich sollte mal mich vielleicht ein bisschen konzentrieren Wenigstens in diesem Spiel Das ist, glaub ich, ne gute Idee Da 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 Hui Mal ein bisschen fokussen auf die geilen, sexy Rankenpflaume, Alter Leute Habt ihr auch Bock auf ne geile Rankenpflaume? Vor allem Rankenpflaume Ya, hab richtig Bock auf ne geile Pflaume, Alter Also ne geile, richtig saftige, reife Pflaume Alter, geil Okay, jetzt ganz vorsichtig Ha, 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 ha Wow Ich dachte nicht, dass das Wasser Dass das Wasser weitergeht Okay, okay, Reimen Okay, dann geh So Sind wir schon wieder hier Aber hier kann ich ja ziemlich durchrushen Ich weiß ja, hier ist nix mehr Ich bin mir ganz sicher, dass Das da oben war, was wir verpasst haben im Leben Ja, wir, Leute, ihr seid alle mit Schuld Okay, die HP würde ich aber schon gerne haben Kann ich die eigentlich auch so anziehen? Ne Ah, ich kann irgendwelchen blauen Fickern aufs Maul hauen Boah, ich hasse die so Unfassbar heftig Alter Bye Okay Ich hätte gern den Shit, ja Obwohl, warum eigentlich? Fuck this Shit Alter, ich bin fast gestorben Okay Chill, chill, chill Ich chill so hart In meine HP Fuck 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 Yeah, okay So Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir da oben nicht irgendwie hinkommen in unserem Leben Das war schon ganz schön nice, Alter Aber zuerst hole ich mir die geilen Tings Aber Leute, wie das abgeht da oben Ob wir überhaupt da oben hinkommen in unserem Leben oder nicht Da seht ihr dann im nächsten Part Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und ich hoffe, ihr schaltet demnächst auch wieder ein Bis dann, Leute Ciao Ciao